LOL! Als ob wir nochmal unsere Streaks bekommen in der so kurzen Zeit. Leute, willkommen zu einem neuen Call of Duty Video. Ich habe das Gefühl, die Titan wird nächste Woche gepatcht. Nächste Woche kommt der erste Waffenpatch und die ganzen Waffen werden ein bisschen ausbalanciert. Und ich glaube, ja, die Waffe, die ist ein bisschen zu stark oder wird auf jeden Fall ein bisschen zu viel gespielt. Und da muss Treyarch auf jeden Fall was machen. Ich muss sagen, ich finde nicht, dass das die beste Waffe im Spiel ist. Ich bleibe dabei, dass ich die Vaprom einiges besser finde, einfach weil sie vielseitiger ist. Wenn es aber darum geht, auf großen Maps zu spielen, wenn es darum geht, auf Entfernung zu spielen, dann ist die Titan einfach die beste Waffe im Spiel. Kein Rückstoß, schnelles Anvisieren und eigentlich eine gute Feuerrate. Einfach ein Biest. Und damit springen wir jetzt in ein Game und schauen, was funktioniert. Beziehungsweise ich nehme das gerade auf, nachdem ich die ganzen Games aufgenommen habe. Und Leute, die Zerstörung ist nicht mehr normal. Gerade im letzten Game. Müsst ihr euch angucken. Wirklich. Es ist nicht normal. Bevor wir reinspringen, lasst übrigens eine Bewertung da und ein Abo da, falls euch das Video gefällt. Jetzt aber ab ins Gameplay. Ich muss immer noch sagen, das ist einfach die schönste Tarnung, die es gibt im Spiel. Jetzt ist er weg. Ah, da ist er doch. Oder? Komm in meine Streak. Und du kommst bitte auch. Einfach mal zwei Headshots direkt am Anfang. Danke, dass ihr euer Köpfchen so zeigt. Das muss ich mal sagen hier. Okay. Bitte, lasst euch alle killen. Ich brauche mal ganz kurz Zeit zum Nachladen. Nein, 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 nein. Wir haben keine Zeit zum Nachladen. Okay. Darf ich jetzt bitte mal nachladen? Gebt mir mal irgendwie die Reisekündchen. Okay. Ist vielleicht nicht perfekt hingelegt. Das muss ich sagen. Aber ey, es liegt. Puh. Ey. Der hat mir gerade ein bisschen Angst gemacht. Genau, Teammates. Unterstützt mich da oben. Schnappt ihn euch hier mal einer. Alter, okay. Was ist das denn hier? Das ist ja eine absolute Zerstörung. Ach komm. Eine Person nur. Wie kann man so viel Pech haben mit dieser Aestorm? Beziehungsweise wie kann man dieser Aestorm so blöd spielen? Das ist nämlich das eigentliche Problem. Ich habe einfach keine Ahnung, wie man das Ding am besten spielt. Okay. Ja. Ich wollte gerade schon sagen, ich fühle mich hier ein bisschen unsicher. Wo sind meine ganzen Teammates gewesen? Ach, kommt schon. Wir müssen nochmal nach vorne, meine Freunde. Wir müssen nochmal ein paar schöne Kills machen. Okay. Den haben wir. Den haben wir. So, kommt jetzt bitte einfach nicht blöd von hinten. Auf wie viel? Auf wie viel? Auf zwölf. Das da hinten ist doch Safe Spawn. Okay. Was habe ich denn jetzt plötzlich so ein schlechtes Aim? Wir haben mit einem so guten Aim irgendwie gestartet. Und jetzt will irgendwie nichts. Komm, komm, komm. Gib mir das. Wuhu. Okay. Haben wir nochmal überlebt. Das ist natürlich eine schöne Sache. Warte mal, hinter mir ist auch einer gestorben. Oh shit. Von beiden Seiten. Das gefällt mir gar nicht. Okay. Ich spring hier mal rein. Ich muss nämlich jetzt unbedingt auch mal wieder nachladen. 44 Schuss nur noch. Oh, teammate, 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 teammate. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Oh, oh. Holy shit. Also, meine Teammates sind halt gerade auch auf jeden Fall fit. Das muss ich sagen. Der eine rettet mich hier doch ganz schön oft. Grüße gehen raus an dich. Oh ne, oh ne, oh ne, oh ne. Aufpassen, aufpassen. Die sind da hinten drin. Von hinten kommt aber auch einer. Ja, wusste ich's doch. Helikopter. Nein. Oh ne. Jetzt werde ich... Oh, Leute. Ich glaube, jetzt werde ich ganz blöd... Uh. Drei Leute. Haben wir uns hoch? Nein, 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 nein. Wo ist denn der? Ach, komm schon. Für eine Person. Warum benutzen die das immer für eine Person? Ihr benutzt es doch, wenn irgendwie ganz viele Gegner da sind. Verdammt. Ich dachte, der ist auf der anderen Seite. Ich habe ihn nicht orten können. Die Frage ist wirklich, wann wird diese Waffe genervt? Weil wenn man so ein bisschen langsamer spielt, dann geht das Ding rein. Das muss man sagen. Oh, teammates, kommt schon. Lass mich nicht direkt am Anfang wegfarmen. Wahrscheinlich lasse ich mich gleich wegfarmen. Auf jeden Fall mache ich keine Kills. Da oben, da oben, da oben. Komm, 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 komm. Oh, ho, ho, ho. Get wrecked. Oh, den haben wir auch, den haben wir auch, den haben wir auch. Perfekte Sache. Oh, und da unten kommen sie weiter. Erstmal gechilltes Nachladen. Die kommen von allen Seiten. Wir werden hier voll irgendwie eingekesselt. Ich bin mir nicht sicher, wie ich das finden soll. Weil hier kommen sie bestimmt weiter, oder? Kann mir keiner erzählen, dass hier keiner mehr kommt. Oh, ja. Da ist ein Sniper. Aber der hat auf jeden Fall gerade so verfehlt. Oh, den haben wir, den haben wir, den haben wir. Hauen wir mal dieses Ding hin. Diesmal mit einem anderen Spezialisten. Diesmal muss ich so ein bisschen aufdecken, wo die Gegner sind. Gerade bei so einer kleinen Map vielleicht ganz sinnvoll. Habe ich mir gedacht. Bruder, muss los. Bruder, du musst auch los. Alle müssen los. Nice. Alter, ich weiß nicht, was das für eine Lobby ist. Aber ich will hier bitte nie wieder raus. Das macht schon sehr, sehr viel Spaß. Wir müssten nur so ein bisschen besser wissen, wo die spawned sind. Oh, er hat ihn, er hat ihn, er hat ihn. Okay, und da hinten hat irgendwer was aufgebaut. Oh. Da war ich zu gierig. Oh, wir haben es rausgeschafft. Chi-Chi an mich. Chi-Chi an mich selber. Oh Mann, hier sind die ganzen Marken, die ich nicht... Oh, da kommen sie alle. Hier sind jetzt gerade die ganzen Marken, die ich irgendwie nicht bekommen habe ich das Gefühl. Oh, nice Arbeit. Oh, bleibt doch unten. Auto übersteigen. Bin ich ja nicht unbedingt Fan von. Okay, gute Arbeit, Mate. Uh, er traut sich aber... Nein, 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 nein. Okay, okay, okay. Oh nein, 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 das gibt es doch nicht. Meine Waffe war leer. Ich habe irgendwie gehofft, ich kann was tricksen und eine andere Waffe aufnehmen. Weil der Gegner stand da auf jeden Fall irgendwo noch. Aber er ist eigentlich zurück. Wahrscheinlich hätte ich Zeit gehabt. Aber das weiß man ja davor nie. Ob er jetzt zurückgeht, der Gegner, oder nicht. Hinterher ist man immer schlauer. Okay, von wo kommen sie? Ich bin im Headglitch. Er auch, leider. Okay. Gut, Teammates, den bekommt ihr. War natürlich alles so geplant. Hier kommt einer. Nein? Oder? Kommt in meinen Streak. Oh ne, nicht mit dem Raketenwerfer. Please. Dankeschön. Ich dachte schon, er kriegt mich jetzt mit dem Raketenwerfer. Oh Gott, den muss ich auch noch irgendwann machen. Da freue ich mich ja gar nicht so sehr drauf. Let's go. Dann machen wir das Ding hier hin. Mate. Nein, ich habe auf Gürze schießen. Ah, okay. Er lässt sich trotzdem killen. Er ist nochmal zurück. Das war sehr nett von dir. Nein, 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 nein. Er glaubt mir halt auch die Marke. Unerhört, meine Freunde. Unerhört. Haben wir. Helikopter raus. Komm, komm. Ah ne, kein Helikopter. Erstmal dieses Ding. Oh, zwei Personen. Immerhin. Mehr als ich erwartet habe. Das muss ich gestehen. Das waren mehr Leute, als ich erwartet habe. Perfekt. Komm, ich brauche die Marken. Oh, jetzt ist der Helikopter vom Gegner immer noch in der Luft. Ich bin immer zu langsam mit meinen Streaks. Ich kriege sie dann irgendwie schon, aber ja, da ist es dann auch wieder zu spät. Das kann es doch nicht sein. Auf dem Papier ist das auf jeden Fall eine verdammt gute Map für diese Waffe. Jetzt bin ich echt mal gespannt, ob wir was hinbekommen. Wir rennen einfach mal Link hinterher. Wobei, wir lassen Link mal rechts laufen. Wir laufen links. Oh Gott, warum finde ich sowas lustig? Ich weiß es auch nicht. Da haben wir doch einen. Komm in meine Streak. Okay, was heißt Streak, ne? Erster Kill. Ah, er springt wieder hoch. Uh. Die Mates, dankeschön. Da hat auf jeden Fall einer mitgeholfen. Und ich weiß das zu schätzen. Oh Gott, ich muss ein Stückchen weg. Nein, natürlich ist er ein Stiper. Weg mit dir. Weg mit dir. Pusten wir uns mal kurz hoch. Uh, Link. Nicht schlecht, mein Freund. Nicht schlecht. Ich glaube, wir haben damit einen Spawnflip bekommen auf jeden Fall. Alter, ich glaube, der hat gerade das ganze Team ausgeschaltet. Ob die alle hier hinten gespawnt sind einfach? Ich glaube, die sind hier einfach weiter gespawnt. Okay. Jetzt können wir mal ganz gechillt nachladen. Oh, nee. Oh, nee. 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 Wo bist du hin? Wo ist er denn hin? Nein, Bang. Ihr wisst Bescheid. Okay. Oh, Teamate. Nein, 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 nein. Es tut mir leid. Ich hätte dich früher... Ah, Mist. Ich habe in dem Moment natürlich nicht erschießen können oder nicht genau erschießen können. Ah, zu früh geboostet. Viel zu früh geboostet. Da haben wir den Sniper. Pauen wir das Ding raus. Let's go. Kommt schon. Das Ding nehmen wir noch mit für die Punkte. Ihr wisst, was ich gerne erreichen will. Meine höchste Streak. Die kleinen Soldaten. Oh, der geht immer so rein. Ich glaube, der wurde hochgepatcht, oder? Ich glaube, der wurde hochgepatcht. Der fühlt sich mittlerweile so gut an. Nein. Ich will die letzte Person... Nein. Das wäre so ein geiles Highlight gewesen. Natürlich den letzten nicht bekommen. Und da hat man gerade gesehen, wie schlecht ich dabei bin, zu priorisieren, wo ich zuerst hinschießen will. Alle so ein bisschen angehittet. Erstmal überhaupt keinen gefinisht. War nicht so wirklich gut gespielt. Das muss ich leider sagen. Sniper. Okay. Ich will mich übrigens doch nicht beschweren über den Sniper. Weil der ist nämlich gar nicht so gut. Und das finde ich toll. Das finde ich sehr toll. Dankeschön. Dafür, dass du nicht so gut bist. Dann nehmen wir das mit. Dann nehmen wir das mit. LOL. Als ob wir nochmal unsere Streaks bekommen in der so kurzen Zeit. Komm. Oh, lecker. Leute. Die können nichts machen. Die Gegner können nichts machen. Wir zerstören die gerade einfach so krass. Das ist nicht fair. Das ist gerade nicht fair. Nein. Snipe mich bitte nicht. Dankeschön. Hallo. Hätte ich mal doch meine Diamant-Tarnung mitgenommen, dann hätte sich die Waffenfarbe schön geändert mittlerweile. Das muss man sagen. Ah. Komm schon. Das gibt es noch nicht. Holy shit. 37, 2. Und so kurz hintereinander komplett die Streaks durchgecycelt. Was war das für eine geile Runde? Holy shit. Und das ist Highlight. Das finde ich auf... Das ist nicht Highlight. Okay. Das war vielleicht sogar ein bisschen cooler. Da habe ich nicht so lange irgendwie durch die Gegend gesprayt und habe mich gewundert. Okay. Wen sollte ich jetzt zuerst killen? Das ist vielleicht eine ganz gute Sache. Ah. Wir haben den noch mit einer Kugel geholt. Okay. Abgestaubt. Leute. Das war es mit dem Video. Ich hoffe natürlich sehr, euch hat es gefallen. Ich würde mal sagen, das war eine absolute Zerberstung. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Und falls es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Ihr wisst Bescheid. Lasst unbedingt auch ein Abo da für weitere Call of Duty Videos. Und aktiviert die Glocke, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Würde mich mega freuen. Wir sehen uns dann morgen wieder zu einem neuen Video. Macht's gut. Bis dahin.